hallo leute herzlich willkommen wieder hier zu einem neuen video heute bin ich wieder auf einem neuen feld und angeblich soll da hinten mal ein bunker sein vom zweiten weltkrieg aber schauen wir mal wenn ich mal dazu komme dass ich da mal hineingehen den kleinen wald aber heute werde ich hier mal ein bisschen das feld absuchen ich melde mich dann gleich beim ersten signal bis gleich so da ist schon das erste gute signal 85 da steckt es drinnen sieht aus wie eine patronen hülse ja okay einmal patronen hülse ja wohl weiter geht's da muss 70 71 signal ja wohl eine münze zwei helder sehr schön nicht mehr mit so dann mal ein gutes 56er signal ok da ist was drinnen man es ist schwer da muss ich mit der schafe mal rein fahren da. Vielleicht das jetzt? Auch nicht. Machen wir es so. Okay, wahrscheinlich ein Müll. Okay. Vor allem von da 86 kommen wir da Oberfläche. Ich glaube da steckt schon was drinnen. Kein Projektil. Ja, nehmen wir mit. Die haben wir 83, 84. Ach, da steht wieder, da steckt wieder einer drin. Wieder eine Patonenhölze. Da haben wir 82, 83er Signal. Da ist jetzt was ja wohl. Einmal ein Ring. Cool. Nehmen wir mit. Dann müssen wir da noch. Okay, passt. Jawohl. So, da ist wieder das nächste gute Signal. 83. Und da ist wieder eine Patonenhölze. Na, fängt eh schon gut an. Okay, schmeißen wir dann alles weg. So, da haben wir das nächste. gute 83er. Haben wir da schon draußen. Okay, da ist wieder so eine Patonenhölze. Okay, weiter geht's. Da haben wir 56, 57. Ah, da ist etwas kleines. Ein Knopf. Okay, sehr schön. 85, 86er Dachtssignal. Da ist schon außen. Okay, wieder so ein Projektil. Okay. So, das nächste gute Signal. Der Oberfläche. Habe ich hier schon. Steckt schon drinnen. Wieder ein Projektil. Okay, nehmen wir mit. Hier haben wir 86er Signal. Ein gutes. Eine Musketenkugel. Jawohl. Sehr gutes Signal. Jawohl. Nehmen wir mit. So, da haben wir 4er oder 85er ausgeschossen. Ach, da ist wieder super zu Hause. Ja, da haben sie früh richtig rumgeballert. Okay. Da haben wir 98er Oberfläche. Okay, nein, das ist irgendwo so mit Aluminium. Na ja, nehmen wir mit. Okay. Da haben wir ein gutes Signal. 89, 90. Und da ist etwas. Keine Ahnung, was das ist. Fahrradglocke oder keine Ahnung. Na ja, nehmen wir mit. Okay. So, da haben wir 89, 90. Okay, muss da drin sein. Also da ist was. Wieder so ein Projektil. Projektil. Okay. So, 69er Signal haben wir da. Oh, da ist etwas. Warte mal. Das gehört zusammen. Ein Knopf. Leider schon kaputt. Gut. Okay, nehmen wir trotzdem mit. Jawohl. Da haben wir 92. Da muss noch mehr tiefer drin sein. Okay. Okay. Da ist was drin. Okay, einmal Müll. Jawohl. So, ein 69er Signal haben wir da. Oh, da ist etwas. Warte mal. Das gehört zusammen. Ein Knopf. Leider schon kaputt. Okay, nehmen wir trotzdem mit. Jawohl. Aber 59, 60. Oberfläche. Da ist etwas. Ein kleiner Knopf. Jawohl. Nehmen wir mit. So, da haben wir 56er Signal. Oberfläche. Ein kleiner Knopf. Jawohl. Nehmen wir mit. Oberfläche. So, da haben wir 56er Signal. Ein kleiner Knopf. Ein kleiner Knopf. Ah, da ist etwas. Oh, jawohl. Jawohl. Jawohl, Herr Knopf. Jawohl. Jawohl, jawohl. Ich kann jetzt da nichts erkennen. Ja. Sehr, sehr schön. Okay, ich bin gespannt. Ich muss dann sauber machen. Jawohl, jawohl. Sehr schön. Jawohl. 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 Weiter geht's. Beifelstil. Beifelstil. Okay, nehmen wir mit. So, hier haben wir 51, 52. Ah, da steckt bloß drin, jawohl, das sieht rund aus, sehr schön, das ist schwer, entweder Münze oder Knopf, ein Knopf ist es. Jawohl, das werden wir dann zuhause sauber machen, sehr schön, nehmen wir mit. Und da haben wir 62 schon raus, was ist das, außer vom Löffel wahrscheinlich. Nehmen wir mal mit. Und da ist noch ein Signal, schauen wir dann da, was da ist. So, was da ist. Ein Nagel, jawohl, gleich schauen. So, hier haben wir das nächste gute Signal gehabt, 81, da steckt das schon drinnen. Nächstes Projektil. Nehmen wir mit. Da haben wir ein sehr gutes 85er Signal gehabt. Und da ist das schon. Vielleicht denkt man was vom Bauern. Keine Ahnung. Ja, da sind Zahnräder zu erkennen. Ja, vielleicht denkt man was vom Bauern, Traktor, keine Ahnung. Okay. So, da haben wir 82 Oberflächensignal. Das nächste gute Signal, das steckt da schon drinnen. Ich glaube ich sehe es schon. Einmal ein Knopf, glaube ich. Oh, na jawohl. Okay. Einmal Knopf. Sehr schön, nehmen wir mit. So, hier haben wir wieder einen Oberflächenpfund, wieder eine Patronenhülse. Jawohl, schmeiß man weg dann. Hier machen wir sehr gutes 93, 94er Signal. Ah, da war ich also, Pauke Deal. Ok.